Hallo und herzlich willkommen. Vom 20. bis zum 28. Juli 2019 fand im Blaulichtmuseum Beuster die Blaulichtwoche statt. Und es gibt hier mehr zu sehen als nur die großen und die ganz großen, sondern auch die kleinen Attraktionen. So wie Chrissy mit seiner TS-150, einem wirklichen Feuerstuhl. Noch ist die MZ nicht richtig warm. Ausgestattet mit einem Flammen- und einem Nebelwerfer ist die MZ nicht richtig warm. Es ist diese MZ-TS-150 das optimale Fluchtfahrzeug. Leider war der Auspuff noch nicht richtig heiß. Und als es dann wirklich funktionierte, waren mein Orbo-Film alle. Ich hoffe dieser kleine Beitrag hat euch gefallen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bye Bye hier aus Studio B. Euer Tomcat. Weile Weile